hey leute und recht jetzt willkommen zum heutigen video du schaust dir gerade das video an warum also vielleicht mitglied werden willst dann kannst du jetzt ab sofort bei mir auf dem kanal mitglied werden und zwar funktioniert das ganze folgendermaßen so und zwar habe ich jetzt seit dem neuesten also ungefähr seit einer woche neben dem abonnieren button habe ich mitglied werden einen neuen button da drückte drauf wenn ihr dann drauf gedrückt habt könnt ihr drei verschiedene stufen wählen und zwar einmal die stufe 1 für 99 cent im monat dann für die stufe 2 einmal 299 im monat und natürlich für die stufe 3 499 im monat so was hat man für vorteile so als kanalmitglied für die stufe 99 cent im monat einmal fangen an und zwar hinterm benutzernamen bzw daneben wird in den kommentaren sowie aber auch im live chat verschiedene symbole dargestellt und zwar haben wir einmal die bronzen medaille das ist aber für neue kanalmitglieder bzw für leute die seit einem monat als kanalmitglied bei mir drin sind dann einmal die silberne goldene diamant und einmal roter diamant so dann haben wir hier noch ein paar benutzerdefinierte modes die in den kommentaren so wie ihr auch in den live chat nutzen könnt also einmal das lachen von mir einmal bier also ich habe gar nichts gemacht habe nur eine bier getrunken dann einmal das grinsen einmal das mit wtf ja dann haben wir einmal wtf nochmals ja als schrift dann einmal ein herz ja und einmal lost war ab und so bin ich lost naja auf jeden fall gehen wir jetzt auf die vorteile ein und zwar haben wir vorteile live chats nur für mitglieder ab der stufe 99 cent also bedeutet ab und zu werde ich mal wenn es mir zu viel gespand wird oder so werde ich die kanalmitgliedschaft also den chat nur für kanalmitglieder öffnen das dann auch nur leute die auf dem kanal eine kanalmitgliedschaft da gelassen haben auch diese nutzen können so dann haben wir auf der zweiten stufe genau das gleiche also auch wieder im mode dann ab der zweiten stufe seid ihr vip mitglied bei mir auf dem discord also community discord und auf dem community teamspeak ihr kriegt seinen eigenen raum dann habt ihr einmal zehn prozent merchandise angebot das bedeutet dass ihr dann sobald neuer merch verfügbar ist oder des weiteren fragt sie mich einfach an über discord oder wie auch eine kollektion rausbringen sollte oder so dann werde ich einmal einen post machen wo ihr damit sparen könnt zehn prozent dann bevorzugte beantwortung von kommentaren ich gehe auf eure kommentare die kanalmitglied sind noch mehr ein als sonst natürlich ich beantworte alles ihr kennt mich ich beantworte gerne und helfe auch gerne jedem weiter aber das ist im effekt so ein punkt ich werde euch da noch ein bisschen näher beitreten und des öfteren auch mal so ein bisschen auf instagram schreiben oder sowas und euch auch in die livestreams mehr interagieren euch mehr fragen wie sonst was weil ihr supportet mich heißt also ihr braucht auch die aufmerksamkeit von mir ich genauso deswegen ich frage da dann euch ein bisschen speziell danach so dann haben wir einmal auch wieder live chats nur für mitglieder ab der dritten stufe haben wir eigentlich genau das gleiche eins was dazu gekommen ist und zwar merchandise angebot ihr habt 20 prozent kriegt einen code von mir zugeschickt einmal damit ihr 20 prozent auf die nächste kollektion oder auf den derzeitigen merch ich trage den jetzt auch derzeit noch sparen können genau und dann würde ich sagen jetzt kanalmitglied werden nichts mehr verpassen es werden auch ab und zu paar community post nur an kanalmitglieder rausgehen ihr könnt abstimmen was ich was stream was ich als nächstes zock wo ich stream twitch oder youtube wann und einfach viel mehr ich möchte euch mit euch einfach mehr interagieren und deswegen ist die kanalmitgliedschaft da ihr supportet auch mich damit ich werde euch auch unter anderem einmal danken also nochmal eine extra dankens nachricht einmal an die kanalmitglieder ab der stufe 3 stufe 2 und stufe 1 wir haben derzeit schon also wir haben die kanalmitgliedschaft erst vor einem tag und sind schon sehr viele leute kanalmitglied geworden und dann würde ich auch sagen dankeschön fürs zuschauen und viel spaß beim kanalmitglied werden euer dennis ja pro